Sinda und Ella von Kelly Oren Es lesen Nora Yokosha und Maximilian Attacho Prolog Das Problem mit Märchen ist, dass die meisten mit einem tragischen Schicksalsschlag beginnen. Ich verstehe schon, was dahinter steckt. Niemand mag eine verhätschelte Heldin. Eine großartige Figur muss Hürden überwinden. Erfahrungen, die ihr Tiefe verleihen, sie verletzlich und sympathisch machen und einem die Möglichkeit geben, sich mit ihr zu identifizieren. Gelungene Figuren müssen Not und Entbehrung erleiden, um daran wachsen zu können und stark zu werden. In der Theorie ergibt das Sinn, aber für die Heldin selbst ist es trotzdem Mist. Mein Leben war nie besonders märchenhaft verlaufen. Keine magischen Wünsche, die in Erfüllung gegangen wären, aber auch keine echten Tragödien. Mein Dad hatte eine Affäre und hatte Mom und mich verlassen, als ich acht war. Aber ansonsten habe ich es ziemlich gut getroffen. Ich bin recht hübsch. Meine langen, gewellten, schwarzen Haare und die glatte, goldbraune Haut verdanke ich den chilenischen Vorfahren meiner Mutter. Die großen blauen Augen habe ich von meinem Vater. In der Schule bin ich ziemlich gut, wobei ich nie besonders viel lernen muss. Und ich bin relativ beliebt. Nicht unbedingt die Ballkönigin des nächsten Abschlusspeils, aber ich stehe auch nie Samstagabends ohne meine Freunde oder ein Date da. Mag sein, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin, aber meine Mom war meine beste Freundin. Und für mich war das gut genug. Das Leben im Allgemeinen war gut genug. Dann hatte meine Mom letzten November beschlossen, mich zum Geburtstag mit einem Skiwochenende in Vermont zu überraschen. Und ich habe meine erste Dosis charakterbildender Tragödie bekommen. Ich habe uns das volle Verwöhnprogramm gebucht. Wir können uns im Whirlpool auftauen und uns danach massieren lassen, wenn uns nach einem langen Tag auf Skiern alle Knochen wehtun, gestand Mom, als wir Boston für die nächsten vier Tage hinter uns ließen. Wow, Mom! Nicht, dass ich dafür nicht dankbar wäre, aber können wir uns das leisten? Meine Mom lachte nur. Ich liebte ihr Lachen. Es klang federleicht, wie ein Flügelschlag und gab mir das Gefühl, darauf davonschweben zu können. Sie lachte immer. Sie war der ausgelassenste Mensch, den ich je gekannt hatte. In ihren Augen hätte das Leben einfach nicht besser sein können. Hör dich mal an, Ella. Du wirst 18, nicht 40. Ich grinste. So wie du nächsten Monat? Kajate. Das ist unser Geheimnis. Falls jemand fragt, ich bin für den Rest meines Lebens 39. Klar doch. Moment mal. Sind das Krenfüße? Ella Mare Valentina Rodriguez, rief meine Mutter. Das sind Lachfältchen und auf die bin ich ausgesprochen stolz. Sie sah mich an und in den Winkeln ihrer strahlenden Augen blühten Lachfältchen auf. Mit dir als Tochter habe ich mich sehr anstrengen müssen, um Lachfältchen statt graue Haare zu bekommen. Ich schnaubte und griff nach meinem Handy, das gerade vibrierte. Sei lieb zu deiner Mom, sonst blamiere ich dich dieses Wochenende ganz fürchterlich vor all den süßen Jungs. Mir lag schon eine schlagfertige Antwort auf der Zunge, doch als ich die Nachricht auf meinem Handy sah, war sie wie weggeblasen. Cinder 458 Bald steht dein Blogileum an, oder? Cinder 458 Oder nur Cinder, wie ich ihn nenne, ist neben Mom mein bester Freund auf der ganzen Welt. Obwohl ich ihn noch nie getroffen habe. Ich habe noch nicht einmal mit ihm telefoniert. Wir schreiben pausenlos Mails, seit er vor zwei Jahren über meinen Blog Ella Maras Worte der Weisheit gestolpert ist. Auf meinem Blog bespreche ich Bücher und Filme. Begonnen habe ich damit, als ich 15 war, und entsprechend beging ich demnächst tatsächlich mein drittes Blogileum. Den Namen Ella Mara habe ich zu Ehren meiner Lieblingsfigur aus meiner Lieblingsbuchreihe Die Aschenchroniken gewählt. Diese Fantasy-Reihe aus den 70ern ist inzwischen eine der populärsten Geschichten der Gegenwartsliteratur. Das hat endlich auch Hollywood erkannt, und das erste Buch, Der Druidenprinz, wird demnächst verfilmt. Außerdem heiße ich Ella Mara. Meine Mutter hat die Bücher als Kind gelesen und so sehr geliebt, dass sie mich nach der geheimnisvollen Droidenpriesterin benannt hat. Ich war stolz auf den Namen und auf meine Mutter. Dafür, dass sie Ella Mara am liebsten mochte und nicht wie alle anderen die Kriegerprinzessin Ratana. Ella Mara war eine viel bessere Figur. Klar, dass Cinder ebenfalls Fan der Serie ist. Durch den Namen Ella Mara und meinen Post darüber, warum sie die am meisten unterschätzte Figur im Buch ist, hat Cinder ja überhaupt erst zu meinem Blog gefunden. Er liebt die Bücher ebenso sehr wie ich, also mochte ich ihn sofort. Obwohl er mir beim ersten Mal nur schrieb, um zu behaupten, dass Prinzessin Ratana besser zu Prinz Cinder passen würde. Seitdem hat er den meisten meiner Rezensionen widersprochen. Ella the real hero. Wissen deine Freunde in Hollywood, dass du Wörter wie Blogileum verwendest? Cinder 458. Natürlich nicht. Ich brauch deine Adresse, hab ein Blogileumsgeschenk für dich. Cinder hatte ein Geschenk für mich besorgt? Mein Herz machte einen Salto. Nicht, dass ich in meinen besten Internetfreund verliebt wäre oder so, das wäre ja total albern. Der Kerl war stur und rotzfrech und widersprach allem, was ich schrieb, nur um mich zu ärgern. Außerdem hatte er jede Menge Geld, ging mit Models aus, was bedeutete, dass er heiß sein musste, und las gern heimlich im stillen Kämmerlein. Witzig, reich, heiß, selbstbewusst, Buchliebhaber, eindeutig nicht mein Typ. Nope, ganz und gar nicht. Ja, okay, schön, er war schon allein deshalb nicht mein Typ, weil er in Kalifornien lebte und ich in Massachusetts. Wie auch immer. Cinder 458. Hallo? Ella? Adresse? Ella the real hero. Ich gebe meine Adresse keinem gruseligen Internet-Stalker. Cinder 458? Dann schätze ich mal, du hast gar kein Interesse an der signierten, gebundenen Erstausgabe von Der Droidenprinz. Schade. Ich hab sie Ella Mara widmen lassen, als ich L.P. Morgan letzte Woche bei der FantasyCon getroffen habe, also kann ich damit kein anderes Mädchen mehr beeindrucken. Erst als das Auto schlingerte, wurde mir bewusst, dass ich losgequietscht hatte. Por el amor de todo lo sagrado, Ella Mara. Jag deine armen Mom nicht so einen Schrecken ein. Wir stecken mitten in einem Schneesturm. Die Straßen sind schon gefährlich genug, ohne dass du kreischst wie eine Todesfee. Tut mir leid, Mom, aber Cinder hat geschrieben, ich hole monjeka, nicht schon wieder dieser Junge. Die müde Tonlage kannte ich schon. Mir stand eine der Lieblingspredigten meiner Mutter bevor. Dir ist schon bewusst, dass er ein völlig Fremder ist, oder? Ich schüttelte den Kopf. Ist er nicht. Ich kenne ihn besser als sonst irgendjemanden. Du hast ihn noch nie persönlich getroffen. Alles, was er sagt, könnte gelogen sein. Wie willst du das wissen? Ich gebe zu, dass ich mich genau das auch gefragt hatte, weil Cinders Leben ein wenig nach dem eines Rockstars klang, aber inzwischen kannte ich ihn lange genug, um überzeugt zu sein, dass er kein Lügner war. Das glaube ich wirklich nicht, Mom. Kann schon sein, dass er manchmal ein bisschen übertreibt, aber wer tut das nicht? Und was macht das schon? Er ist bloß ein Internetfreund. Er lebt in Kalifornien. Ganz genau. Warum also verschwendest du so viel Zeit mit ihm? Weil ich ihn mag. Mit ihm kann ich reden. Er ist mein bester Freund. Mom seufzte noch einmal, aber sie warf mir ein Lächeln zu und ihre Stimme wurde weicher. Ich mache mir bloß Sorgen, dass du dich in ihn verliebst, Monjeka. Und was dann? Das war eine gute Frage. Und genau deshalb war Cinder nicht mein Typ. Nicht mein Typ. Nicht mein Typ. Cinder 458. Adresse, Name, Wohnort, Straße und Hausnummer. Die Daten, mit denen man einer Person auf dem Postweg etwas schicken kann. Zum Beispiel ein großartiges Geschenk. Ella, the real hero? Hat dein Auto dir das gesagt? Cinder fährt ein Ferrari 458. Das hat er mir mal erzählt, als ich ihn gefragt habe, wofür die Zahlen in seinem Nickname stehen. Ich habe das Auto gegoogelt. Es kostet mehr, als meine Mutter in fünf Jahren verdient. Ich ziehe ihn gern mit seinem pompösen Lebensstil auf. Und ja, das Auto spricht tatsächlich mit ihm. Cinder 458. Ich bin gerade nicht im Auto unterwegs, also habe ich's aus dem Handy. Adresse, Madam. Jetzt. Sonst verrate ich dir nicht, wer gerade für Cinders Rolle in der Verfilmung unterschrieben hat. Beinahe hätte ich wiedergekreischt. Die Verfilmung war offiziell bestätigt, die Besetzung aber noch nicht bekannt gegeben worden. Cinders Dad ist irgendein hohes Tier in der Filmindustrie, deshalb weiß Cinder solche Sachen immer im Voraus. Ella, the real hero? Nein! Sag's mir! Ich sterbe! Ich sollte nie herausfinden, welcher Schauspieler einem der beliebtesten Romanhelden aller Zeiten zu ewigem Leinwandruhm verhelfen würde. Weil ein Langholztransporter auf einen Straßenabschnitt mit Blitzeis geriet und quer über die zweispurige Fahrbahn direkt in Mom und mich hineinrutschte. Ich hatte den Blick auf mein Handy gerichtet, als es passierte, und sah den Laster überhaupt nicht kommen. Ich erinnere mich nur noch daran, dass ich meine Mutter schreien hörte und an meinen Gurt geschleudert wurde, als direkt vor meinem Gesicht der Airbag explodierte. Ein kurzer Schmerzmoment, so heftig, dass er mir buchstäblich die Luft nahm, und dann nichts mehr. Wieder zu mir kam ich drei Wochen später in einer Verbrennungsklinik in Boston, als die Ärzte mich aus dem künstlichen Koma holten. Ich hatte Verbrennungen zweiten und dritten Grades, die 70 Prozent meiner Körperoberfläche bedeckten. Meine Mutter war tot. Erstes Kapitel An viele konkrete Details des Unfalls kann ich mich nicht erinnern, aber die Furcht, die ich an diesem Tag gespürt habe, ist in meiner Erinnerung noch immer kristallklar. Ich habe ständig die gleichen Albträume, ein paar unscharfe Bilder und ein Durcheinander etlicher Geräusche, aber ich bin vor Angst so gelähmt, dass ich nicht atmen kann, bis ich schreiend aufwache. Im Mittelpunkt der Träume steht immer die Panik selbst. Wenn mir die Sonne nicht so unverschämt ins Gesicht geschien und mein Körper nach dem fünfeinhalbstündigen Flug aus Boston nicht derart geschmerzt hätte, hätte ich fast glauben können, ich befände mich wieder in meinem Traum. Genau diese Panik fühlte ich nämlich, während ich im Auto in der Einfahrt saß und zu meinem zukünftigen Zuhause hinauf sah. Zuvor hatte ich nur Blicke auf die Landschaft zwischen dem Flughafen und dem Haus meines Vaters in den gewundenen Hügeln über Los Angeles erhascht. Das hatte gereicht, um schnell festzustellen, dass Los Angeles ganz anders war als Boston. Auch wenn der Verkehr auf der Schnellstraße mir das Gegenteil vorgaukelte. Wenn es doch nur der Ortswechsel gewesen wäre, der mir Angst gemacht hätte. Ich hatte acht Wochen auf der Intensivstation verbracht und danach weitere sechs Monate in einer Reha-Klinik. Insgesamt acht Monate im Krankenhaus und nun sollte ich zu einem Mann ziehen, der sich vor zehn Jahren aus meinem Leben verabschiedet hatte und zu der Frau, für die er mich verlassen hatte, sowie deren beiden Töchtern, die meinen Platz eingenommen hatten. Ich sollte dich wohl besser warnen, dass Jennifer sich vermutlich irgendeine Willkommensüberraschung für dich ausgedacht hat. Keine Party, oder? Ich keuchte und meine Panik steigerte sich zu etwas, das mich vielleicht doch noch umbringen konnte. Vielen Dank.